Lina, wir waren mal ganz schnell unterwegs mit Austin-Nordjäger. Wie wird sich dieses Spiel hier entwickeln? Bleiben die Roosters weiterhin so aggressiv und so komisch? Der Top-Vorlagengeber mit 26 Exists. Dominik Bock, auf dem Bord auf der Straße. Nach dem USA. Die Möglichkeit. noch mal reiche gegen ergens in die stadt reichen Applaus Applaus